Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, freue mich auch. Ganz meinerseits, ja. Ich muss dir gestehen, aus dem Vorgespräch, das du mit der Marion, glaube ich, geführt hast, wurde mir berichtet, Zitat, ist das ein sympathischer, intelligenter Mann? Ach Quatsch, ehrlich? Jetzt klang da eine leise Überraschung raus und ich habe danach gefragt, ja, wieso hat dich das so überrascht? Nein, ich hatte so ein bisschen ein anderes Bild von ihm vorher, bevor ich mit ihm gesprochen habe. Ist das etwas, was dir häufiger widerfährt, dass Menschen glauben, dich zu kennen, obwohl sie dich gar nicht kennen, dass sie einen Vorurteil haben? Ja, ich denke schon. Also das Bild, was manchmal von einem vermittelt wird, durch, was ja bei mir sehr häufig vorkam, durch negative Schlagzeilen oder auch einen unsoliden Lebenswandel, das ruft erstmal bei manchen hervor, ey, wie doof ist der Kerl eigentlich? Hatte mal einen großen Hit. Das ist alles nicht so einfach gewesen in meinem Leben. Aber keiner traut mir zu, dass ich mir über das Leben wirklich Gedanken gemacht habe und wie schwerwiegend manche Prozesse im Leben für mich waren. Das ist mit Vorurteilen so eine Geschichte. Wir alle neigen ja dazu. Und umso schöner ist es, dass wir uns jetzt wirklich eine ganze Stunde unterhalten können. Und ich bin mir sehr sicher, Nino, dass am Schluss dieser Stunde viele Menschen sagen werden, der ist ja ganz anders, als ich gedacht habe. Ja, hoffentlich. Das werden wir hinkriegen. Das ist mein Auftrag jetzt sozusagen. Hast du eigentlich jemals unter diesem Image gelitten? Damals? Also der Schlagerfuzzi, weil wir schon gerade dabei sind bei Vorurteilen? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Gerade dieses Wort Schlagerfuzzi, das ist etwas, was mich verletzt. Irgendwann habe ich gelernt, da drüber zu stehen. Aber ich meine, man kann es nicht jedem recht machen im Leben. Das sowieso nicht. Aber letztendlich hättest du dir ja egal sein können, bei all dem Erfolg, den du gehabt hast. Ja, war es mir aber nicht. Und das war wahrscheinlich auch der Grund vielleicht, warum ich mich immer ein bisschen vom Schlager distanzieren wollte. Weil ich mit diesem Wahnsinns-Hit jenseits von Eden bin ich ja auch in vielen Sendungen aufgetreten, wo viele Popkünstler auch waren. Überleg mal, Formel 1 damals oder so. Na klar. Und wenn du dann so belächelt wirst. Aber völlig zu Unrecht. Das ist einfach ein guter Song. Ob jetzt Schlager oder Pop oder Rock, ist doch letztendlich völlig egal. Ja. Aber das tut trotzdem weh, wenn man so belächelt wird. Vor allen Dingen von den eigenen Kollegen. Also jetzt von den nationalen Kollegen. Die internationalen. Du, ich habe Abendessen mit Paul Young damals. Oder Fine Young Cannibals. Was ich ja alles für Leute kennengelernt habe. Hey, die fanden das klasse. Sie sagten, du bist Nummer 1. Wir sind auch Nummer 1. Wir klubten ja Nummer 1en hier. Ist ein deutsches Phänomen. Aber ist ein deutsches Phänomen. Das ist aber, wenn ich überlege so, früher die nationalen Künstler, mit denen ich aufgetreten bin, die haben das immer belächelt. Würdest du in der Retrospektive sagen, jenseits von Eden war ein Fluch oder ein Segen? Ich würde sagen beides. Also irgendwo kannst du doch froh sein, wenn du so einen Riesenerfolg mal hattest. Ist ja heute ein Kultsong. Ich bin schon sehr, sehr stolz. Kannst du auch wirklich. Kannst du auch wirklich drauf sein. Dieses Gefühl, dass man nicht genug aus seinem Talent gemacht hat. Kennst du das? Ja, natürlich. Was ja viele von uns haben. Das kenne ich zu Genüge. Also ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken auch darüber gemacht. Ich meine, das fing ja schon damals an, bevor ich bekannt wurde, als ich anfing in einer Pianobar damals in Köln zu singen, wo ich ja dann kurz danach quasi entdeckt worden bin. Da war das schon so, dass Leute auf mich zukamen. Ich kann mich erinnern an einen Abend. Das war irgend so ein ganz, ein Typ aus Amerika, irgendwie ein ganz reicher Typ. Und der hat sich damals mit dem Besitzer dieser Pianobar unterhalten. Sagt, ja mal den Jungen, kann ich den nicht mitnehmen? Deswegen mache ich einen Weltstar und so. Und dann haben wir da wirklich drüber gesprochen. Und ich war 16 oder 15 damals. Und ich habe so einen Schiss gehabt. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, Amerika, das ist viel zu weit weg. Und ich konnte mir das alles gar nicht vorstellen. Ich war viel zu bescheiden. Es ist ja dann auch so schnell passiert. Ich glaube, was das mit einem 15, 16, 17-Jährigen macht, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber weil wir gerade bei Talent waren auf deinem neuen Album Meisterwerke, Lieder meines Lebens, da beweist du wieder, wie viel Talent du hast. Das fand ich eine super Idee. Was hast du für Lieder genommen? Zum Beispiel Goldener Reiter ist ein Song, der ja, wann war das, 1981 schätze ich mal. Den fand ich faszinierend, diesen Song. Und vor allen Dingen auch den Künstler Joachim Witt. Es sind Lieder aus fünf Jahrzehnten. Aus fünf Jahrzehnten, ja. Von Udo Jürgens, über Silbermond, du hast ja auch im Witt angesprochen, Karat, Rosenstolz, echt. Also am Anfang habe ich gedacht, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Auf der einen Seite auch so ein Song wie Meine Soldaten, ganz modern und dann Tränen lügen nicht. Wie passt das nachher alles auf eine Platte? Aber es hat funktioniert. Wir können ja mal reinhören, schlage ich vor, Nino, und dann sagst du danach kurz, was dir dazu einfällt. Wir haben die Auswahl getroffen und zwar haben wir den Goldenen Reiter, wir haben Tränen lügen nicht, wie soll ein Mensch das ertragen und wir haben Rosenstolz, wir sind am Leben. Das wird ja die erste Single. Hey, 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 ich war der goldene Reiter. Hey, 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 ich bin ein Kind dieser Stadt. Es ist nie zu spät, komm, entscheide dich. Reich ihr die Hand, Tränen lügen nicht. Wie soll ein Mensch das ertragen, dich alle Tage zu sehen? Ich kann einen Herzschlag hören, keiner wird uns zerstören. Wir sind am Leben. Wir sind am Leben. Das ist wie so eine Zeitreise. Ja, total. Sehr, sehr geil. Also diese Mischung auch Tränen lügen nicht. Ich meine, das ist unser Beider Kindheit, kann man fast sagen, oder? Tränen lügen nicht, habe ich damals als Kind für den Hitparade geguckt, glaube ich. Genau, Dieter Tomaschek. Dies war wie immer eine Sendung ihres ZDFs. Wahnsinn, ich habe auch Michael Holm getroffen vor kurzem. Ich habe gesagt, ich mache jetzt eine Platte so und so, Songs aus den letzten fünf Jahrzehnten. Da hat er mich angeguckt. Das ist genau die richtige Nummer für dich. Er meinte, ich sage, es war gar nicht so einfach. Nein, sagt er, ist auch nicht einfach, den Song zu singen. Aber du kannst es, du hast es drauf. Oder Philipp Purcell, wie soll ein Mensch das ertragen? Ganz großer Song. Ja, das ist natürlich textlich auch und musikalisch ein richtiger Leckerbissen. Das sind so diese Songs, wo ich sage, also sowas hätte ich lieber schon vor Jahren gemacht. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich jetzt hier konsequent das gemacht habe, wie ich es für richtig finde. Am 5.12. erscheint dein neues Album Meisterwerke Lieder meines Lebens zwölf Songs aus fünf Jahrzehnten. Welche tolle Geschichte. Also ich habe richtig Spaß gehabt beim Durchhören. Das freut mich sehr. Jetzt wollen wir mal Nino ein bisschen persönlicher werden noch. Und zwar habe ich zu dem Zweck einen Lebenslauf geschrieben. Das tue ich für jeden Gast. Den gebe ich dir. Okay. Ich habe ihn geschrieben. Du liest ihn vor. Und danach besprechen wir es ausführlich, was da drin steht. Ich heiße Nino DeAngelo und hatte in meinem Leben sehr viel Glück und vielleicht noch mehr Pech. Wenn ich in den Spiegel schaue, kann ich manchmal nicht glauben, was dieser Mann alles erlebt hat. Mit 19 war ich Millionär und lebte nach der Devise Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Nach dem Höhenflug kam der tiefe Fall, als ich zum ersten Mal an Krebs erkrankte. In diesen dunklen Zeiten hat mich ein Satz stark gemacht. Ich will leben. Ich wünschte, ich hätte früher verstanden, worum es wirklich geht. Meinen Kindern möchte ich eins mitgeben. Macht euer Ding. Das stimmt. Das ist sehr gut. Hätte ich viel früher auch machen sollen. Können wir ja gleich mal drüber sprechen. Dieser Satz macht dein Ding. Das klingt immer so einfach, aber es ist vielleicht mit das schwierigste im Leben, oder? Ja, es ist sehr schwierig, weil du ja auch beeinflusst wirst von außen. Ich habe mir selbst zu wenig vertraut. Deswegen hatte ich auch vor gewissen Schritten einfach Angst. Aber man muss zu sich stehen und man muss Mut haben, wirklich sein Ding zu machen. Warum ist das so, dass wir alle dazu neigen, der eine mehr, der andere weniger, das erst zu verstehen und umsetzen zu können, wenn wir so einen Schuss vor den Bug gekriegt haben oder wie in deinem Fall mehrere Schüsse vor den Bug? Ich weiß nicht. Ich denke, das macht auch die Erfahrung, die man im Leben sammelt. Du kannst ja oft scheitern und immer wieder scheitern und irgendwann fragst du dich, warum ist mein Leben jetzt so gelaufen und hätte ich es doch lieber so gemacht, hätte ich lieber nicht darauf gehört. Ich glaube, das Wichtigste im Leben ist wirklich auf sich selbst zu hören, auf seine innere Überzeugung und seine innere Stimme. Man hört nur noch oft nicht drauf. Man hört oft nicht drauf. Aber du bist ja noch jung, Nino. Schau mal, du bist gerade erst 50. Oh, gerade erst. Jetzt kommt dein neues Album raus, Meisterwerke, Lieder meines Lebens. Was hält dich davon ab, jetzt wirklich dein Ding zu machen? Gar nichts mehr. Im Gegenteil, weil ich habe ja nichts zu verlieren. Vielleicht muss man an diesen Punkt kommen. Ich bin seit über 30 Jahren in diesem Geschäft. Ich habe alle Höhen und Tiefen und jetzt bin ich wirklich so weit, dass ich sage, ich habe gar nichts zu verlieren. Ich kann das Risiko, das kann ich mir erlauben, weil ich bin auch nicht so jemand, der so sagt, was ich habe, das habe ich. Und mit einem Spatz in der Hand war ich eigentlich in meinem Leben noch nie so richtig glücklich. Vielleicht klingt das ein bisschen unbescheiden, aber ich will mehr. Ja, natürlich. Also wenn man Talent hat, egal in welche Richtung, dann muss man doch nach Höherem streben. Finde ich genauso, aber ich habe mich halt oft nicht getraut oder beziehungsweise ich wurde gebremst. Um mich herum waren da immer die Leute und sagen, ey, mach mal langsam. Mach mal die sichere Nummer. Ja, mach mal die sichere Nummer. Aber die sichere Nummer ist irgendwann langweilig und wenn man spürt, dass man mehr kann, als man bisher gemacht hat, dann möchte man das auch irgendwann mal ausprobieren und möchte wissen, ob es funktioniert. So sieht das aus. Jetzt wollen wir mal ganz vorne anfangen, um so ein bisschen aufzudröseln, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist. Du wurdest geboren am 18. Dezember 1963 in Karlsruhe, Sohn einer Gastarbeiterfamilie, als Domenico Gerhard Gorgoglione. Korrekt ausgesprochen, ja. Das Gerhard hat mich ein bisschen stutzig gemacht, aber ich habe mir sagen lassen, das war der beste Kumpel deines Papas. Genau, das war mein Vater. Eine große Ehre, dass der Sohn dann danach benannt wird. Das war ein Mitarbeiter meines Vaters. Mein Vater hat Autokarosserien, Spengler war der, ja, repariert und der, der dann nachher lackiert hat, das war einer seiner besten Freunde, der hieß Gerhard. Ja, darauf muss man dann erstmal kommen, seinen Sohn danach dem Lackierer zu nennen. Gibt es irgendjemand, der dich Gerhard nennt? Überhaupt nie. Im Spaß, einen Freund, einen Schulfreund von mir, der um mich zu ärgern hat, der ja, hallo Gerhard, alles klar, so, ja. Was ist deine früheste Kindheitserinnerung? Oh ja, hat mir mein Vater die Ohren für lang gezogen. Also mein Vater hat ja seine kleine Werkstatt gehabt, wo er dann seine Autos repariert hat und ich habe da immer zugeguckt und ich war ja schon als Kind immer fasziniert von Autos und ich habe gesehen, wie er die Autos repariert hat und so und ich habe irgendwann von einem Kundenfahrzeug, da war die Karosserie völlig in Ordnung und ich habe mir einen Hammer genommen und diesen Karosserie, so einen Meißel und habe den kompletten Kotflügel abgem... Hä? Ja, ich habe... Bei einem Wagen, der völlig intakt war. Früher waren die Kotflügel ja nicht, eigentlich weniger geschraubt, die waren geschweißt und ich habe bei dem völlig intakten Kotflügel abmontiert. Ja. Was man halt so tut. Als, ja, wenn man so sein will wie der Papa und... 6, 7 oder so wahrscheinlich. Ich war 9, glaube ich. 9 schon? Ja. Okay, wie war die Reaktion des Papas, was ja fast noch spannender ist? Ja, der hat natürlich nicht gesagt, ob ich nicht mehr ganz dicht bin, ist ja ganz klar. Ja, er muss es dann natürlich wieder reparieren, hat die Kotflügel wieder dran geschweißt, aber das war nicht das Einzige. Einmal bin ich in der Garage, wollte ich dann unbedingt fahren im Auto, ich wollte auch mal Auto fahren. Natürlich. Muss man ja mit 9 unbedingt Auto fahren. Unbedingt. Und dann habe ich das eine Auto rückwärts gegen die Wand gesetzt, das fand er auch nicht lustig. Ein großer Spaß mit dir damals, ne? Ja, also eigentlich hat er dann aber auch gelacht. Irgendwann hat er gesagt, ich bin bescheuert, und musste dann lachen. Schöne Geschichten. Eine nicht so schöne Geschichte ist die, dass du, es muss auch um den Dreh rum gewesen sein, vielleicht warst du ein Jahr jünger, dass du erfahren hast, dass du mal einen älteren Bruder hattest, der als Säugling gestorben ist. Und das war für dich ein traumatisches Erlebnis oder Ereignis, als du es dann erfahren hast. Du konntest damit überhaupt nicht umgehen. Kannst du jetzt rückblickend sagen, warum dich das als kleinen Jungen so sehr beschäftigt hat? Es war ja immer so, dass ich mir immer jemanden gewünscht habe, einen Bruder. Und ich weiß nicht, ich habe mich sehr, einfach oft sehr einsam gefühlt und ich war ein sehr introvertiertes Kind. Ich glaube, ich habe gefragt, warum habe ich keinen Bruder? Und dann dabei habe ich dann erfahren, ja, du hattest ja einen Bruder. Die haben das so ganz beiläufig, einfach so beiläufig erzählt und so. Die haben sich jetzt gar nicht, natürlich keine Gedanken darüber gemacht, ob das irgendwelche Auswirkungen auf mich hat oder nicht. Und dann erfuhr ich, dass ich ja einen Bruder hatte. Ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hat, aber irgendwie habe ich das dann eine ganze Weile mit mir rumgetragen. Das beschäftigt dich offensichtlich bis heute. Ich merke dir an, wie du atmen musst. Ja, es beschäftigt mich auch, obwohl ich damit eine Lösung für mich gefunden habe vor ein paar Jahren. Ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe ja ein paar Jahre auf Mallorca gelebt und da habe ich mich mit jemandem unterhalten. Der hat mir einen Pfarrer vermittelt, einen Padre. Und mit ihm habe ich in einer kleinen Kapelle eine Totenmesse für meinen Bruder gehalten, damit ich endlich mal so einen inneren Frieden finde, weil das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Und das jahrelang. 20 Jahre, 25 Jahre. Und du hast insofern jetzt deinen Frieden mit der Geschichte gemacht? Ja. Ja, das ist schön zu sagen. Du hast ihm ja auch mal ein Album gewidmet. Richtig, ja. Ich habe echt meinen Frieden damit gemacht und es geht mir seitdem auch viel, viel besser. Und ich trage ihn einfach in mir drin. Er sieht durch mich die Welt. Ich würde gerne ein bisschen darüber reden, wie das sich entwickelt hat mit deinem Talent. Mit der Singerei. Wann hat dir das erste Mal jemand gesagt, Nino, du kannst aber schön singen? Das war im Musikunterricht in der Schule. Welche Klasse? Ich glaube, neunte Klasse irgendwie sowas oder achte Klasse. So mit 13, 14. Ja, richtig. Vielleicht war ich auch ein bisschen älter. Ich bin ein paar Mal hängen geblieben. Und da ging es dann darum, wir nehmen heute mal durch, wie entsteht eigentlich eine Schallplatte und Tonbandaufzeichnung, also so eine Aufnahme und möchte jemand singen? Keiner hat sich gemeldet. Und ausgerechnet ich, der introvertierteste Typ überhaupt, der schüchternste von allen, hebt die Hand und sagt, ja, ich. Ich habe keine Ahnung, wer meine Hand da hochgehoben hat. Irgendjemand muss es getrunken haben. Ich war es nicht, aber meine Hand war oben auf einmal. Und dann habe ich ein Lied gesungen. Ich weiß auch nicht, warum ich ausgerechnet dieses Lied auswendig konnte. Was hast du gesungen? Go Down Moses. Dann wurde das Mikrofon und dann habe ich da reingesungen und dann hat er das wieder abgespielt. Als ich fertig war, so, jetzt hören wir uns das mal an. Und das klang hervorragend. Und alle meine Mitschüler, boah, Nino Zoll, ey, du musst Sänger werden. Und von da an hat mich das nicht mehr losgelassen, dieser Gedanke, Sänger zu werden. Ja, du hast ja relativ bald dann auch mit 15 deinen ersten Plattenvertrag gekriegt. Und mit 19 kam dann jenseits von Eden. Und das kann man sich, glaube ich, heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Du warst wirklich auf einen Schlag berühmt. Alle wollten was von dir. Du hast Kohle gehabt ohne Ende. Ich glaube, die Plattenfirma hat dir damals, du hast es erzählt, 2,8 Millionen Mark. Einen Scheck über 2,8 Millionen Mark überreicht. Einem 19-Jährigen. Kannst du dich an diesen Moment noch erinnern? Und was ging dir da durch den Kopf? Was hat das mit dir gemacht in dem Moment? Das war natürlich überwältigend. Als mir mein Anwalt damals sagte, rief mich an und sagte, ich habe eine Überraschung für dich. Du bist, habe sofort Millionär. Ich sage, wie, was denn jetzt? Und so. Also ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt. Ich war halt Nummer 1 und so. Und er sagte, wir haben deinen Vertrag verlängert und du bekommst die und die Summe. Was war das Erste, was du gemacht hast? Soll ich das wirklich sagen? Na ja, natürlich. Ganz ehrlich, ich habe mir einen Ferrari gekauft. Sofort, oder was? Ja. An dem Tag? Ja. Wie geil ist das denn? Du bist losgegangen und hast eine Ferrari gekauft? Ich bin nach Düsseldorf und da stand dann dieser kleine schwarze 308 GTBI und den habe ich damals für 99.000 Mark gekauft. Und da sitzt dann der 19-Jährige drin in seinem Ferrari und was geht ihm durch den Kopf? Da geht er durch den Kopf und dass du sagst, boah, du hast es geschafft. Es war immer mein Traum, Ferrari zu fahren. Ich habe als kleiner Junge mir so die Nase platt gedrückt in den Autohäusern und habe gesagt, so was möchte ich mal haben. Ich hatte eine Vision und ich hatte einen Traum und der war auch die Antriebsfeder für mich eigentlich das Ganze zu machen und ich habe mir diesen Traum erfüllt. Wenn dir sowas mit 19 passiert, dann ist der Größenwahn der Überflieger ja überhaupt nicht zu verhindern. Ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen. Jedem, dem das passieren würde, der weiß nicht, wie er reagiert. Wie hat sich das bei dir dann geäußert? Außer, dass du dir eben das Auto gekauft hast. Ja, aber das war ja eigentlich was sehr Schönes. Ich war so stolz auf dieses Auto, überhaupt das Gefühl. Also ich muss ja noch mehr, das ist diese Leidenschaft und so. Und gerade meine Passion für Autos. Ich habe mich auf der einen Seite gefreut, auf der anderen Seite ist dann natürlich, wenn du dann bekannt bist, dann fährst du noch so ein Auto. Du zeigst ja jedem irgendwo, hey, guck mal hier. Ich bin der Checker. Ich bin der Checker, so ungefähr. Und das kommt auch nicht immer gut an, weil oft auch Neid durchkommt. guck mal der Angeber oder was weiß ich und Leute, die eigentlich ganz nett vorher zu mir waren, waren auf einmal gar nicht mehr nett. Aber warst du denn ein Angeber für eine Zeit? Also hast du diesen Überflieger gekriegt? Ich muss sagen, mir selber ist das gar nicht aufgefallen. Man verändert sich vielleicht irgendwie und wird oberflächlich oder verliert diese Bescheidenheit und die Bodenhaftung und merkt gar nicht, dass man vielleicht anderen Leuten mit gewissen Dingen, die man sagt oder tut, auf die Füße tritt. Wenn du zurückblickst, magst du diesen 19-Jährigen von damals? Dein alter Ego? Dein jüngeres Ego? Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn wirklich nicht. Und wenn ich heute einen sehen würde, ich würde ihn nicht mögen. Ich kann das verstehen, dass viele Leute das nicht gut fanden. Aber es würde keinen Sinn machen, ihm Ratschläge zu geben, weil er würde es dir nicht glauben. Nee, mir konnte man ja auch keine Ratschläge geben. Also er würde ja gar nicht auf mich hören, weil er ist ja derjenige, der im Ferrari sitzt, der die Nummer 1-Hit hat und der die 2 Millionen auf dem Konto hat und der würde sagen, hör mal, willst du mir jetzt irgendwas erzählen? Und genau so habe ich das natürlich denen auch gesagt, den ganzen Leuten, die versucht haben, mir gute Ratschläge zu geben. Die es zum Teil ja auch gut gemeint haben. Und du bist dann, was auch Verständliches nachvollziehbar ist, natürlich reingeutscht. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ich meine, wenn einem sowas passiert, Mick Jagger ist nix dagegen so ungefähr, oder denkt man doch? Nein, also aber es ist halt so, dass man auch dann mit diesem ganzen Erfolg und mit diesem Geld dann natürlich auch in andere Kreise sich bewegt oder beziehungsweise mit reingezogen wird oder vielleicht auch von sich aus dafür interessiert und dass man dann halt auch neugierig wird und gewisse Dinge ausprobieren möchte. Naja, wir können ja offen drüber reden. Ich meine, es ist ja lange vorbei. Du hast halt Drogen genommen, du hast getrunken, du hattest Frauen ohne Ende. Das klingt ja auf den ersten Blick für den einen oder anderen sicherlich sehr reizvoll, aber bei dir war das dann schon ziemlich exzessiv irgendwann. Es war selbstzerstörerisch, was ich da eigentlich veranstaltet habe. Warum ist das so weit gegangen, dass es selbstzerstörerisch wurde? Ja, weil ich kein Maß kannte. Wenn ich weggegangen bin früher, ich konnte das nicht genießen abends, ich konnte nicht mich normal unterhalten und überwiegend war es wirklich so, dass ich weggegangen bin, habe angefangen, harten Alkohol zu trinken, bis ich wirklich am Fliegen war und dann nach mir die Sintflut. Das brachte das eine mit sich. Das heißt, du hast dich zugedröhnt im Endeffekt? Ich habe mich zugedröhnt. Ich wollte mich einfach nur wegbeamen. Weil du dich wahrscheinlich letztendlich selbst nicht mochtest? Das ist eine Erklärung dafür, ja. Wenn du zurückblickst, das ist jetzt 20, 25 Jahre her, hast du eine Erklärung dafür, wie du es geschafft hast, dass du heute hier sitzt und sagst, hey, ich bin ein guter Typ, ich stehe zu mir und ich mag mich? Oder ist es immer noch ein Prozess? Nee, nee, ich mag mich heute ganz gerne, ehrlich gesagt. Also wirklich, doch, doch. Ja, ist ein schöner Satz, wenn man den sagen kann. Ja, weil ich mit mir ja sehr, sehr viel durchgemacht habe, ja. Ich habe es Gott sei Dank überlebt, obwohl ich auch oft wirklich gedacht habe, ich mag nicht mehr gegen mich ankämpfen. Ich gebe auf, Leben, mach mit mir, was du willst. Ich will nicht mehr. Gab es diese Momente häufig? Ja, einige Male. Das erste Mal wahrscheinlich, als du Krebs bekommen hast, das erste Mal Lymphdrüsenkrebs? Nee, da war ich nur schockiert. Da hatte ich riesen Schiss auf einmal. Da dachte ich, oh Gott, warum das? Gerade wenn man sich so unbesiegbar fühlt. Ja, warum? Du warst ein junger Mann. Wie hast du es gemerkt? So Nachtschweiß. Ich habe fünf Kilo rauf, fünf Kilo runter. Ich wusste, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, aber ich dachte, dass es eben halt an meinem ganzen exzessiven Leben liegt und dachte, vielleicht ist das Entzugserscheinungen oder irgendwas. Und irgendwann habe ich dann halt auch diesen Tumor unter meiner Achsel morgens bei der Dusche oder was weiß ich. Ich habe das irgendwie getastet. Da habe ich gedacht, oh, dieser Tennisball, der gehört aber nicht hier unter den Armen. So groß war der schon. So groß, ja. Und dann bin ich halt zum Arzt gegangen und gut, und dann haben das so seinen Lauf. Da habe ich wirklich Angst gehabt, weil ich meine kleinen Kinder gesehen habe. Luca war fünf und Luisa war acht. Und ich habe gedacht, ich will meine Kinder aufwachsen sehen. Ich will das nicht. Ich will nicht, verdammt, ich will nicht sterben. Hast du damals wirklich geglaubt, dass das in gewisser Weise die Quittung dafür war, wie du gelebt hast vorher? Ja. Davon war ich eigentlich überzeugt, dass sich das Leben gewährt hat oder beziehungsweise, dass irgendwas gesagt hat, so, jetzt haue ich dir das erste Mal richtig mal eins in die Fresse für all die Scheiße, die du gebaut hast. Aber dein Überlebenswille war stark. Du hast gesagt, ich will leben, gerade auch wegen der Kinder. Gab es irgendwann die Momente, wo du gezweifelt hast, ob du überleben würdest? Ja, natürlich. Die gab es nämlich während der Therapie. Also diese Lymphdrüsen, dieser Morbus Hodgkin, der konnte mit einer wochenlangen Bestrahlung, die sind diese Lymphome, alle geschmolzen. Und ich war nicht unterhalb des Zwerchfells befallen. Deswegen musste ich auch keine Chemo haben, wo ich auch sehr froh war. Aber diese Strahlen hatten sie auch in sich, denn da verlierst du auch die Haare am Kopf und keine Speicheldrüsenfunktionen mehr. Du schmeckst nichts mehr. Du schmeckst nichts mehr. Alles war irgendwie sehr gereizt. Ich konnte noch nicht mal was trinken. Ohne Essen war sowieso ganz schwer, nur Suppen oder so. Aber selbst Suppen oder was zu trinken war so, als würde man Kieselsteine runterschlucken. Es war furchtbar. Und dieses Herzrasen andauernd bei jeder Bewegung, bei jeder kleinsten Bewegung, also wie ich da mit meinen Kindern mal gespielt habe, bin ich fast umgefallen. Also war schon ziemlich schwer. Aber ich muss eins sagen, meine Frau damals und meine Kinder, die haben mir so viel Kraft gegeben und ich musste jeden Tag zu dieser, ich wollte nicht stationär bleiben, wie ich habe gesagt, ich komme jeden Tag. Du bist jeden Tag zur Behandlung, zur Bestrahlung hin. Ja, zur Bestrahlung hin. Und alleine, ich wollte das, ich habe darauf bestanden und habe mir die Strahlen abgeholt und bin danach wieder nach Hause gefahren. Und deine Kinder haben den Papa gesehen, wie ihm die Haare ausgefallen sind, wie es ihm schlecht ging, wie er sich gequält hat. Ja. Was das auch für eine Belastung für die Familie gewesen sein muss. Ist schrecklich. Ja, wenn du siehst, wie ein Mensch in sich zusammenfällt. Die Muskeln, die wehren sich dagegen, gegen die Strahlen. Also du fällst das so richtig zusammen. Ich hatte überhaupt keine Schultern mehr. Also ich war nur noch ein Schatten meiner selbst von der Statur her. Jetzt hast du das überlebt und über ein Jahrzehnt später kriegst du wieder Krebs. In Form von Blutkrebs. Ja. Damals. Hast du noch mehr Schiss gehabt, weil du weißt, was jetzt wieder auf dich zukommt oder warst du dir eher sogar sicher, ich werde wieder gewinnen? Da war ich mir überhaupt nicht sicher. Das war ja eine Lebensphase, als ich diese Thrombozytopie bekam und mir die Milz entnommen wurde und diese Chemotherapie, die nie anzuschlagen schien, die erst nach vier Monaten erst angeschlagen hat, wo man schon alles vorbereitet hat für eine Knochenmarkstransplantation und so. Ich habe gedacht, ich packe das nicht mehr. Dann siehst du dich halt auch so zerfleddert irgendwie in so eine 30 Zentimeter lange Narbe quer über den Bauch und so. Aber wieso hast du das wieder gepackt? Ich meine, gut, dass du es gepackt hast, aber woher hast du die Kraft genommen? Das weiß ich nicht, wer mir die Kraft gegeben hat. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es immer noch schlimmer kommen kann, aber dann hast du auch noch eine Stimmbandlähmung bekommen. Was ja für einen Sänger die absolute Höchststrafe ist. Ja, und das gerade in einer Zeit, wo es mir sowieso noch nicht gut ging. Also das war ja immer etwas, worauf ich mich wirklich immer gefreut habe. Wenn ich wieder gesund bin, dann starte ich nochmal durch, dann kann ich wieder auf die Bühne. Dann singe ich wieder. Dann singe ich wieder. Und diese Stimmbandlähmung, da habe ich wirklich gedacht, jetzt ist wirklich alles vorbei. Mann, Mann, Mann. Jetzt sieht sie sogar noch, die Existenz wird der jetzt auch noch genommen. Da habe ich wirklich geglaubt, wenn du das überlebst, wenn die Stimme nicht mehr zurückkommt, was mache ich denn dann überhaupt? Wie oft hast du dir in dieser Phase gedacht, warum ich, ich überlebe zweimal den Krebs und dann ist meine Stimme weg und du wusstest ja nicht, ob sie jemals wiederkommen würde. Also bei all den Fehlern, die ich in meinem Leben gemacht habe, ich nenne sie jetzt einfach Fehler, weil Drogen zu nehmen und so exzessiv zu leben, das sind Fehler, das sollte man nicht tun. Das sind Dinge, die sollte man sich selber und auch den Menschen, die dich lieben, nicht antun. Man kann sich auch nicht hinstellen und sagen, hey, ich habe doch nur mir selber wehgetan. Nein, du hast auch deinen Kindern wehgetan, du hast deinen Eltern wehgetan und allen Menschen, die dich lieben, hast du damit wehgetan, weil sie sich verdammt nochmal ganz große Sorgen um dich gemacht haben. Und wahrscheinlich ist der Sinn meines Lebens, dass ich damit fertig werde und dass ich glücklich werde endlich mal in meinem Leben und dass ich vor allen Dingen alles richtig mache oder versuche, überwiegend alles richtig zu machen und zu mir selber finde. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du 50 weitere Jahre vor dir hast. Och, 50 noch? Na ja, 100. Na, jetzt hast du ein halbes Jahrhundert hinter dir. Ja, aber... 40 mindestens. Ja, gut. Ich weiß nicht. Da kannst du noch verdammt viel richtig machen. 80, 90, kein Alter. Verdammt viel richtig machen. Und dein Anfang ist auf jeden Fall gemacht mit deinem neuen Album. Ja. Mit Meisterwerken. Da freue ich mich auf. Das macht mir auch Freude. Ich meine, das ist für mich sowieso in Zukunft, dass ich wirklich nur noch mache, was mir wirklich auch Freude bereitet. Natürlich gibt es unangenehme Aufgaben im Leben, die man erledigen muss. Das muss jeder Mensch. Aber beruflich, wenn du doch selber entscheiden kannst, dann mach das auch. Wenn du davon überzeugt bist und ich bin so überzeugt von diesem Musikstil, so möchte ich in Zukunft Musik machen. Ich glaube ganz, ganz viel und das habe ich am Anfang unserer kleinen Show angekündigt, werden sehr überrascht sein von dem Nino de Angelo, den sie heute kennengelernt haben. Mich hat überrascht das Buch, das du mitgebracht hast. Ja. Sag zwei Sätze dazu. Es ist von Seneca, also was Philosophisches. Ja, Seneca. Und das ist ein ganz dünnes Buch. Das hat gerade mal 100 Seiten. Und das heißt Das glückliche Leben. Und hier wird einfach philosophiert darüber, wie man glücklich werden kann und warum man nicht glücklich ist vielleicht, ja. Ich habe das Buch schon jahrelang. Das ist voll gekritzelt mit Kommentaren. Ja, voll gekritzelt mit Kommentaren oder ich habe irgendwelche Sachen unterstrichen. Da sind so wunderschöne Sätze drin, wie an dem Tag, an dem man der Lust unterliegt, unterliegt man auch dem Schmerz. Das stimmt. Es war für mich in meinen schlechten Zeiten eine unheimliche Hilfe, um da wieder rauszukommen. Nino, ich wünsche dir, dass du wirklich jetzt glückliche Zeiten vor dir hast, viel Erfolg hast, dass du gesund bleibst und dass du irgendwann nochmal Adriano Celentano triffst und mit dem entweder singst oder einfach nur einen Teller Spaghetti isst. Das wäre der absolute Habe. Ein Idol von dir? Ja, absolut. Ich habe ja angefangen damals, als ich 15, 16 war, da habe ich ja schon Una Festa Sui Prati und so oder was weiß ich, Svalutation, seine alten Hits gesungen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für jemanden, für einen Künstler, der nur das gemacht hat, was er für richtig fand. Musikalisch und vom Styling her. Der ist so, wie er ist. Und wie er sich selber gefällt, so gibt er sich auch, glaube ich. Nino, vielen Dank, alles Gute und bis bald. Herzlichen Dank. Bis bald.